Von Goldkärten da, Raps von Goldkärten hier, ich bin voll tätowiert hier, voll repregiert, hab die Knarren rund am Kopfkissen, lass meinen Vollkopf schicken und die leichten Teile in Familie davor schicken. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer CD und ich hab nen neuen Solo Unlimited Money Glitch für euch am Start und weil Rockstar etwas dagegen hat, dass man sowas auf YouTube hochlädt, hab ich jetzt auf meinen Zweitkanal ausweichen müssen. Also der ist absolut inaktiv, den müsst ihr euch abonnieren, da wird auch wahrscheinlich in nächster Zeit auch nichts mehr kommen, aber da habe ich es erstmal hochgeladen und ihr könnt ihn natürlich euch dort anschauen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung, einfach mal den Link von dem Video anklicken und dann zeige ich euch, wie der Money Glitch funktioniert. Also super einfach das Ganze und weil morgen das Update kommt, würde ich euch das heute empfehlen noch zu machen, es ist zwar nicht so der super Money Glitch, ihr werdet halt zwischen 160 und 200.000 pro Auto bekommen, habt natürlich 45 Minuten Wartezeit, wenn ihr den Bypass nicht macht, allerdings der Bypass, der ist schon ein bisschen stressig, weil halt ein Kumpel noch dabei sein muss, deswegen auch nicht solo, aber die Autos, die könnt ihr euch solo duplizieren und eure Garagen damit voll machen. Ich würde euch empfehlen, das Ganze mit einem Zweitcharakter zu machen, weil ihr dort wahrscheinlich mehr Garagenplätze habt. So, für die Leute, die in meiner Facebook-Gruppe sind, die haben das heute Nacht schon mitbekommen, da habe ich ihn schon gepostet und die anderen, die mussten halt jetzt noch ein bisschen warten bis jetzt, aber um das in Zukunft auch zu umgehen, könnt ihr mir natürlich in meiner Facebook-Gruppe beitreten, da werde ich sowas natürlich immer vorzeitig zeigen, damit die Leute halt immer auf dem neuesten Stand sind. Und falls ihr sagt, hey, ich habe gar keinen Bock auf so einen Scheiß-Money-Gruppe, viel zu viel Arbeit, dann gönnt euch doch einfach ein Unlock-All, der Link zu der Amazing-Mod-Seite ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Oh, das ist gelb, 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 zum Glück, brumm, und auf jeden Fall, dort könnt ihr euch ein Unlock-All kaufen. Also, das war es auf jeden Fall mit dem Video, ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat, und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, also Jungs, haut rein, macht's gut, ciao!